Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem kleinen Together Let's Play Lafadette 2, ja. So klein ist das gar nicht. Mit wem? Also mit mir, Niri, als Alice? Mach mir von unten, Sayu. Hi, Sayu 302 mit Michelle. Let's schnettel, Zombies. Ja, wir werden abkratzen, wir werden abkratzen. Wir werden Stimmenverzerrer sind hier in Teenspeak verboten. Ja, auch wenn du das mit deiner eigenen Stimme machst. Das gilt trotzdem als Drittprogramm. Ja, genau. Meine Stimmenwände sind ein Drittprogramm. Yeah, wir werden sterben im Kaufhaus, wenn wir die Autos aufladen müssen. Ich gehe vorher nochmal shoppen. Die Autos aufladen? Ey, ich will auch... Die, das Auto aufladen, Mann. Ich wollte gerade fragen, auf wie viele Autos müssen wir bitte klauen? Erstens, erstens lädt man Benzin nicht auf, sondern man... Oh, halt's nur, Mann! Ja, guck, da sind... Wegen dir sind die jetzt aus dem Fenster gesprungen. Genau, nur weil du so ein Klugscheiter bist. Ich kann nicht. Ja, echt. Sonny, Regio, wie viel ist 1 plus 1? Und gleich und gleich überfordert. Jumping! Chocolate! Chocolate! So, und wir gehen nochmal runter, hier. Ja, Chocolate Wayne! Chocolate Wayne! Jetzt wartet mal, wartet mal kurz. A Baby Bonzo! Fehler mal wer! Ey, muss... So, aufmachen, und? Ja, ihr blockt mich hier, ihr. Ja, ihr blockt, alter Leute. Nur weil Cocho dick ist, das empfiehlt... Ist hier irgendwas cooles? Hier, guck mal, hier ist eine Stadtkarte. Da sind wir, und da sind alle tot. Da, da, da... Was für ein cooles Muster. Uuuh, die Regio! Booma! Ich komm. Der hat irgendwelche komischen Pickel, alter. Smog... Hunter! Ähm... Smog Hunter, was ist das? Ein Smog Hunter. Das ist ein rauchender Hunter. Wurde ich das noch nicht? So. Oh, ich stecke fest. Der denkt, der ist cool, ne? Also ganz ehrlich, irgendwas mache ich falsch, kann das? Ne, weiß ich nicht. Wir sind irgendwie alle aufgestachelt wegen Aufnahme und Weile, weißt du? Ja, wir sind alle geil. Ach ja, oh, Coach. Ich hab dem jetzt auf den Kopf geschossen, wie noch was ist. Leute, ihr blockt. Ihr blockt meine Oma, ey, das geht gar nicht. Da leben keine Leute mehr. Ich werde fallen, ich werde fallen, ich werde fallen. Der Mister wollte mich angreifen, hab's genau gesehen. Ich bin verwirrt. Ich auch. What the fuck, man? Hab ich mich jetzt verjagt, man. Ich wurde angeschrieben. Hier ist Boomer-Kotze. Uh, Drogen. Ja, Mann, ihr nehmt mir alles weg, ey. Ich wurde schon morgen. Der farbige, oder Maximalfiege, meinte ich, der hier machte mir den Lippen. Ich brüllte, oh ja, Pillen. Der ist ja schlimmer als Louis in Left-Wat-1. Was ist das für ein Lärm? Hunter. What the fuck, Mann? Woher wusstest du das? Cha-Cha, Cha-Cha. Ich hab einen 5.1-Pack und kann zuhören. Ja, ich hab den Sound auf leise, weil sonst höre ich euch nicht, weil Baum. Es brennt. Ja, der Sound, der verdammt laut, ne? Ja, deswegen. Drogen! Strawberry, du kriegst auch noch Drogen von mir, wo bist du? Autsch. Ja, komm jetzt her, Strawberry. Oh, ich werde ein Molotow hingeworfen. Das war kein Molotow, das war die Tür. Ausschleck, so. Ich seh wieder was. Wow. Äh, du warst ein Feueranschluss zu Kass, musst du es dir nicht angeben, was würdest du eigentlich kommen? Strawberry. Ja. Achso, du hast ja noch Drogen. Ach, vergiss es. Äh, wer nimmt den D-Viel? Brauchen wir nicht. So, weil, äh, du sind mal, kannst du kurteilen, ganz kurz. Hilfe, Mann, ihr schubst dich hier alle runter, Saju, pass auf. Ja, was auch, du hättest mich bei einer runtergeschubst. Ja, hm, ich steh vor dir, du kommst angejumpt gehen. Noch was, ja, danke, ich brauch die, du mir. Flick, 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 flick. Ja, ich hab nur auch Drogen. Hast du dich fertig geklebt, vor? Jo. Cool. Nimmst du jetzt, nimmst du die Kettensegel jetzt mit hier? Jackson, James, oh Massaker. Der Film ist sehr schlecht, wollte ich nur gesagt haben. Uh, hier ist ein Minitier dran. Geht ja auf. Nein. Hey. Ich wette nicht mehr. Boah, ey, mach die, die ihn raus, ey. Oh, äh, kotzi. Achtung, Smoker. Ne, der hat schon so lange seinen Zunge verloren. Oh, Saju. Ja, es leckt. Entschuldigung. Mein Internet ist nicht so schabier wie andere Internetleitungen. Hey, ich auch nicht so eine Mega-Hammer-Leitung, weil mir leckt's nicht. In den Fahrstuhl. Yeah, pff, tot, äh, Kopf gebrochen. Hey, du bist alle vergasen. Ich will nicht. Ich weigere mich. Komm rein, du. Lass mich dann hin. Ey, geh weg mit dir, Diffi. Ich weigere mich aber. Oh, sei mal nicht ne Memme hier, ey. Ey, Alice, geh mal. Kitty-Land. Kitty-Land. Ich werf Kotzi ins Feuer. Herrlich. Ja, ich werf Rohrbombe da. Ist erstmal Ruhe dann. Ne, wenn sie konnte, nein, die muss nur noch aufbewahren. Ist das unser Klempner hier, oder wie? Bewahr die auf, bewahr sie auf. Jetzt hab ich schon gezogen, wie geht denn das denn wieder weg? Ah, cool. So, weg da, weg da, block nicht, ihr Penisse. Warte, ich mach auf. Ha, wir werden die sterben. Texo, schön zum Messer. Ja, toll, jetzt hab ich nur auf den einen Zombie geworfen, der einen Weg standet. Toll gemacht. Wohin machen wir es raus. Anschläge, Waffe. Oh, ja, Waffe. Kassi. Ja, haben wir gesehen. Nicht, dass die Zombies so schlau sind wie wir. Und auf die Idee kommen, dich von uns zu trennen. Ups. Kettensegel, Player. Na toll, du bist so. Oh, du bist unfähig. Die arme Kettensegel kann auch nicht deinen, keine Ahnung, pass gegen andere. What the fuck, man? Wir sind ein paar Bandzeug, ne? Also 12-8-ler. Oh, hier sind unsere Stuhlflinten. Und die Leuchten sind irgendwie golden. Oder du hast einfach nur ne... Ja, vielleicht sind die heiß geworden. Wäre ne Idee, ne? Aber wir fassen die mal locker so an, ne? Ja, voll loben. Ich glaube, ich glaube, ich werde sowas nicht anfassen. Äh, ne Verbindung zum Server verloren. Farm in your face. Farm in your face. Wir haben noch die Verbindung. Ja, bei mir. Kolobin ist komplett. Mysteriös. Und komplett. Er hat 32. Die kann nicht schlechter als deine sein. Hast du mich gerade geschlagen? Ich dachte, du schlägst mich gerade. Mysteriös. Oh, wieso müsste ich dich sehen? Ey, Coach ist voll so weit hin, Mann. Ich geh mal zu ihm zurück. Ah. Ich weiß, was los war. Ja, ja. Ich komm zurück. Au. Bin ich nicht, Nett. Ich weiß, was es war. Bei mir ist Steam-Zwischenzeitig kurz abgekackt. Was du mir wirklich gerne mal machst. Jetzt weiß ich nicht mal, wo ich lang muss. Ach, da. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Wo ist es, wo ist es kaum? So, ich steu mir da rein. Oh, ein Stern. Yeah. Jetzt wäre ich mal so gerne die Macke innen gehen. Einfach mal zu sagen. Jo, ich halte mich jetzt ganz kurz aus. Ich reconnecte jetzt einfach mal. Das kenne ich auch. Das habe ich eigentlich auch manchmal. Das ist, den installiert habe und wieder installiert. Dann ging's. Da jo. Da jo, das ist ein Internet. Ähm, nee. Ähm, das ist voll abgesehen. Das war fiel. Au, 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 fail. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt eure Stimme aufnehme. Ja, können wir machen. Wenn du den In-Games-Sound aufnimmst, dann nimmst du auch uns auf. Ja, ich muss mal gucken, auch wie das ist. Warte. Ja, ich muss mal. Ja, ich muss mal gucken, auch wie das ist.